Und wir sprechen jetzt mit Herrn Jarek Wonschewski von der Firma Lagerbox in Leverkusen. Und er sagt uns, was macht die Firma Lagerbox genau? Schönen guten Tag, die Firma Lagerbox vermietet einzelne abgeschlossene Lagerinheiten für den gewerblichen und privaten Bereich. Wie lange gibt es denn schon die Firma Lagerbox hier auf dem deutschen Markt? Seit 1997, der erste Standort war in Düsseldorf. Zwischenzeitlich sind wir bundesweit mit neuen Standorten verplägt. Was ist denn das Besondere, wenn man bei Ihnen Lagerräume mietet? Was ist der Nutzen für den Kunden? Vor allem die Flexibilität, die Sicherheit, Sauberkeit und Trockenheit. Wie funktioniert denn das Sicherheitssystem bei der Firma Lagerbox? Der Kunde bekommt am Tag des Einzuges einen elektronischen Schlüssel. Mit dem Schlüssel hat er von der anderen die Möglichkeit aufs Kalender zu kommen, aber auch in die Halle. Jede einzelne Box ist aber auch alarmgesichert und mit seinem persönlichen Schlüssel entsichert er seine Box. Zudem ist die Box noch mit einem Vorngeschluss abgeschlossen. Die Schlüssel dazu hat auch der Mieter. Wenn man sich ihre Firmenwarschübe durchliest, da steht drin, mit Lagerbox flexibler sein im Punkto aktive Aktenverwaltung. Was bedeutet das genau? Vor allem Kosteneinsparung im Bereich Personal und Büroraumlichkeiten, schneller Zugriff auf die Akte und schnelle Prozesse. Und wenn ich jetzt größere Mengen habe oder ich komme mit einem großen LKW-Transporter, habe ich auch die Möglichkeit direkt ins Haus zu fahren? Wenn Sie mit einem größeren Transporter kommen, als Beispiel einen 7,5 Tonner, haben Sie die Möglichkeit an der Laderampe anzudocken. Ansonsten mit einem Transporter bis zu einer Höhe von 2,65 Meter können Sie bequem ins Trockene in die Halle reinfahren und dann wieder rausfahren. Nutzen denn nur Geschäftsleute die Firma Lagerboxe oder sind das auch Privatleute? Die Privatleute nutzen auch die Lagerboxen aus dem Grunde, man hat ja schließlich immer mal Engpass, der Keller ist zu klein, der Keller ist feucht zum Beispiel, aber auch zum Beispiel die neue Wohnung ist nicht fertig geworden, Hobbygeräte sollen auch irgendwo untergelagert werden, das nutzen die Leute dazu. Haben Sie denn auch saisonale Kunden, wie beispielsweise ein Weinhändler, der ein Engpass hat in seinen Räumlichkeiten in der Stadt vielleicht? Ja, zum Beispiel aber auch im Endeffekt Kunden, die kurzfristig Lagerräume brauchen, ob das jetzt Weinhändler ist, aber auch Saisonartikelhändler, der mit seiner eigenen Lagerfläche die Kapazität für kurze Zeit nicht bedienen kann, dann ist er gut bei uns aufgeregt. Was sind Ihre Kernbotschaft an die 1,5 Millionen Geschäftskunden bei den Oxford Business News? Einfach vorbeikommen, anschauen und sich von der Flexibilität von Lagerbox überzeugen zu lassen. Bis zum nächsten Mal.